Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian. Heute aus dem Senatssaal hier im Maximilianeum vor dem großen Gemälde der Seeschlacht von Salamis. Inhaltlich geht es heute um eine andere Schlacht aufgrund der Frage von Viktoria, nämlich um die Schlacht zur Eindämmung des Coronavirus in unserer bayerischen Heimat. Die Viktoria hat beobachtet, wie wir alle, denke ich, dass in den letzten Tagen in Bayern und um Bayern herum die Zahlen der positiv Getesteten leider wieder sprunghaft angestiegen. Ja, man kann sagen, so richtig durch die Decke gegangen sind. Und die Viktoria hat im Zuge dessen auch mitbekommen, dass es jetzt im Landkreis Berchtesgadener Land eine Art regionalen Shutdown, einen Lockdown, so ähnlich wie damals im März gibt und dass dort auch die Schulen zu sind. Und deshalb macht die Viktoria sich jetzt Sorgen. Sie ist Mama von zwei Kindern, schreibt sie mir, eines in der Kita, eines in den Schulen und stellt sich die Frage, ob denn jetzt auch bayernweit wieder ein Lockdown für die Schulen käme, ob denn die Schulen, ob denn die Kitas planmäßig in den nächsten Wochen wieder zumachen würden. Ja, liebe Viktoria, ich bin da sehr dankbar für die Frage, weil sie mir die Gelegenheit eröffnet, da auch den ein oder anderen Mythos aufzuräumen. Ich habe jetzt immer wieder gehört, die Bayerische Staatsregierung hätte ja ohnehin schon die Pläne in der Schublade und man müsste davon ausgehen, dass in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen wieder der Lockdown für die Schulen kommen würde. Und ganz ehrlich, das ist natürlich absonderlicher Quatsch, denn das Gegenteil ist der Fall. Alles, was wir im Moment tun, tun wir auch und insbesondere, um sicherzustellen, dass über den Herbst, wenn die Corona-Zahlen jetzt möglicherweise wieder steigen, gerade die Schulen, gerade die Kitas, gerade die kritische Infrastruktur und auch unsere Wirtschaftsunternehmen und die ganzen Versorgungsbezüge weiterhin offen sein können, alles aufrechterhalten werden kann, dass also so viel normales Leben mit dieser Pandemie denkbar ist, wie nur irgendwie möglich. Deshalb ja auch eine Strategie wie diejenige im Berchtesgadener Land. Wir wollen dort, wo regionale Infektionsketten entstehen, sofort vor Ort mit Maßnahmen eingreifen, um die Infektionsketten vor Ort zu brechen, um dort, wo nachvollziehbar ist, wer möglicherweise wen angesteckt hat, dafür zu sorgen, dass es gar nicht mehr dazu kommt, dass sich Corona bayernweit und ungezügelt ausbreiten kann, dass wir eben nicht wissen, wie Infektionsketten verlaufen, so wie das damals im März gewesen ist, sodass am Ende des Tages also eben kein zweiter landesweiter Shutdown, kein Lockdown mehr nötig ist, sondern dass wir über regionale Maßnahmen vor Ort Corona im Griff behalten und die Chance haben, eben die Schulen aufzulassen, die Kindergärten aufzulassen. Also ganz klare Strategie der Bayerischen Staatsregierung, wir versuchen mit all den Maßnahmen, die wir auf den Weg gebracht haben, von den Masken über das Abstandsgebot bis zu den Einschränkungen, gekoppelt an verschiedene Inzidenzwerte, eigentlich genau das zu schaffen, dass beispielsweise die Schulen, dass die Kindergärten offen bleiben können, weil wir der festen Überzeugung sind, lieber diese kleineren Einschränkungen, so sehr sie uns alle nerven, in Kauf nehmen, als die großen Einschränkungen zulasten unserer Kinder in den Schulen oder zulasten unserer Wirtschaft, wenn beispielsweise Unternehmen schließen müssten, wenn Lieferketten wieder abbrechen, in Kauf nehmen zu müssen. Strategie der Bayerischen Staatsregierung, also Schulen auflassen. Es soll in der Regel normaler Unterrichtsbetrieb auch diesen Herbst und bis Weihnachten stattfinden und wir müssen es einfach schaffen, die Zahlen durch regionale Maßnahmen und durch Maßnahmen, die vergleichsweise milde Mittel sind, wie die Masken und das Abstandsgebot, die Zahlen so weit im Griff zu behalten, dass es möglich ist, weiterhin die Kids in die Schule zu schicken und Mama und Papa in die Arbeit zu schicken. Andere Pläne gibt es seitens der Staatsregierung nicht. Selbstverständlich müssen wir reagieren, wenn das Geschehen eskaliert, aber unser Plan ist es, ich sage das noch einmal ausdrücklich, und unsere Regierungsfraktion stellt ja auch den Kultusminister, dass die Schulen offen bleiben. Mir ist es wichtig, liebe Viktoria, das auch zu sagen, weil ich meine, dass es wichtig wäre, unser Credo der Vorsicht und Umsicht des absolut Richtiges zu ergänzen, um ein drittes Wort, nämlich um die Zuversicht. Wir müssen es, glaube ich, schaffen, dass wir nicht in einer Dauer-Depressionsschleife mit Corona landen, sondern dass wir auch ein zuversichtliches Leben mit diesem Virus führen, denn wir wissen ja nicht, wie lange es uns noch begleiten wird. Also so viel Normalität wie möglich in dieser Phase mit dem Virus, und dazu gehören ausdrücklich auch die Schulen und die Kitas. So viel, liebe Viktoria, zu deiner Frage, und wenn auch ihr eine Frage habt, dann postet sie gerne wieder unten in den Kommentaren. Dann geht es vielleicht nächste Woche um euer Thema, wenn es wieder heißt, frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.